Die Märkte lieben es offensichtlich, uns auch kurzzeitig immer wieder mit schnellen Bewegungen zu erfreuen. So sehen wir es aktuell gerade am frühen Nachmittag noch vor der US-Börseneröffnung am Dow Jones, Future in diesem Fall. Wir sehen, dass so die letzten paar Minuten ordentlich nach Runden gegangen sind. Für die Übergeordneten unter euch ist diese Bewegung erstmal völlig uninteressant. Für die, die aber intraday unterwegs sind, ist das durchaus ein Thema. Bleiben wir ganz kurz erstmal übergeordnet. Übergeordnet ist die Welt immer noch in Ordnung. Wir hatten zwar diese Unterstützung hier, die der Markt ja auch genutzt hatte, aus diesem Cluster verschiedener Marken. Also eine Chance, dass der Kurs nach oben geht. Tatsächlich jetzt bald. Das allerdings, muss man ganz fairerweise dazu sagen, ist bisher nicht mit Werbe gelungen. Wir sehen, dass wir zwar Anstiege hatten, aber Rücksetzer, viele, viele, viele Rücksetzer, alle mit Kursüberschneidung. Boah, gute Laune, sieht anders aus. Das heißt, der Anstieg, den wir seit diesem Zwischentief hier hatten, das war das Tief vom 1. Juni nochmal hier, der ist sehr korrektiv bisher nach oben gegangen. Deshalb, meine Vermutung, sicher weiß ich das nicht, aber der 5-Minuten-Chart deutet das ja mit der schnellen Bewegung hier hinten an, dass wir durchaus nochmal einmal runtergehen können, nochmal eins tiefer. Das wäre ja auch noch kein wirkliches Drama. Auch das wäre ja abwärts gerichtet immer noch ein Korrektivbild und würde dann halt zu einem späteren Zeitpunkt diesen Einstieg nochmal ermöglichen. Das ist übrigens der Grund, warum ich entweder sage, wartet, dass der Trigger gerissen wird, also dieses Zwischenhoch gerissen wird für den Einstieg, oder aber wartet, bis ihr auf der kleinen Ebene etwas habt, was vielleicht einen schönen Anstieg bietet. So was hier und anschließend ABC, ach nee, haben wir nicht gekriegt. Das war nicht offensichtlich ABC, das ist hier keine richtige ABC-Bewegung. Also ich denke, da sind wir uns alle einig, das ist nicht wirklich gut zu erkennen. Also wartet, dass ihr eine starke Bewegung habt, irgendwas Wackeliges, dann könnt ihr sagen, okay, das Starke setzt sich voraussichtlich hier irgendwie nochmal nach oben fort. Jetzt verschieben wir den nochmal, wenn es mir gelingt, irgendwie nochmal nach oben fort. Hier war es zwar nicht ganz so überzeugend wegen der vielen Überschneidungen, aber diese Bewegungsrichtung, die hatte erstmal Bestand. Also die Übergeordneten freuen sich, noch ist die Welt nicht verloren. Die Untergeordneten, die die Intraday, so ein bisschen mal was Schnelles nochmal suchen, die freuen sich, die Bewegung geht im Moment nach unten. Und Böte, wenn sie, egal wie weit, ich habe keine Ahnung, wie weit sie ist, aber dann eine Korrektur ansteht, die Böte dann die Möglichkeit, nochmal die scharfe Bewegungsrichtung, also diese Abwärtsbewegung nochmal zu fahren. Ich zeige euch bewusst nicht, welche Levels, weil ich weiß ja noch nicht, wo diese Korrektur tatsächlich dann losgeht. Das wäre also jetzt ziemlich vermessen, wenn ich das entsprechend schon mal hier ankündigen würde. Das ist beim S&P 500 nicht großartig anders. Auch hier haben wir diese Unterstützung noch. Auch hier, ja, darf es ja noch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal argumentieren. Ich hatte das ja schon jetzt jüngst mehrfach darauf hingewiesen, wie das in etwa zustande kommt, wie diese Cluster zustande kommen. Das sind keine Beweise, dass der Kurs da dreht, aber es sind klassische Marken, wo der Kurs dreht. Innerhalb dieser, und die hatten wir ja schon erreicht, guckt bitte nach, ob es starke Aufwärtsbewegungen, das hatte ich ja eben beim Dow schon mal gezeigt, hier beim S&P ist das Bild ja nahezu identisch, wenn ihr euch das hier anguckt. Also kein großer Unterschied. Auch hier gilt für den Nachmittag, für den aktuellen Augenblick, sobald wir jetzt mal wackelig hochgehen, orientiert euch vorläufig nochmal auf der Short-Seite. Dann geht es vielleicht nochmal unter das Tief vom 1. Juni. Vielleicht bleiben wir dann noch einigermaßen in dieser Spanne und alles ist safe. Nur wenn wir da deutlich drunter gehen, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ist das mit Long noch gut? Also wer noch Long ist, weil er hier unten irgendwo eingestiegen ist, rechnet damit bis 40.50, also 4.050. Ja, muss man damit rechnen, dass der Kurs runter geht, auch in einer normalen Korrektur. Nur wenn er dann deutlich übersteigt, also unterschreitet sozusagen, dann würde ich sagen, naja, dann lieber Gewinne noch mitnehmen, was noch dann da ist von den Gewinnen, je nachdem, wo ihr hier dann eingestiegen seid. Wer jetzt einen Long-Einstieg wagen will, ja jetzt doch bitte nicht. Wir sind zwar hier in der Unterstützung, aber diese Aufwärtsbewegung sieht doch doof aus. Das ist doch nicht irgendwas, was verlockend ist für jetzt muss gekauft werden und der 5-Minuten-Chart hier zeigt ja Ähnliches. Was mich wieder überzeugen würde, auf die Long-Seite zu wechseln, ist ein starker Anstieg und wackelig nach unten. Also so ähnlich, wie wir das vorhin hier angedeutet haben, aber eben nicht so, sondern wackelig nach unten. Und wenn es nicht so ist, dann von mir aus auch A, B, C. Dann wären das schöne Trigger, also ob das so eine Seitwärtsbewegung wie hier ist, hängende Hochs, hängende Tiefs und dann Fortsetzung im Kleinen jetzt hier, das ist dann auf jeden Fall machbar. Also im Kleinen wie im Großen natürlich umsetzbar. Das ist beim Nasdaq ebenfalls so, das ist ja nahezu identisch, deshalb muss ich es jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal erklären, nicht nochmal einzeichnen. Aufwärts ist klar korrektiv, so wie das im Moment aussieht. Also neuere Tiefs würden mich überhaupt nicht wundern unter die 12.450er Marke. Also merkt euch einfach, dass Tief am 1. Juni, dass der Kurs da nochmal durchgeht, würde ich für alle drei dieser Indizes ohne weiteres nochmal ins Kalkül ziehen, dass das der Fall ist. Ich denke, dafür sind die Wahrscheinlichkeiten relativ groß, dass das nochmal passiert. Und der DAX? Na, der DAX ist zwar auch so ein bisschen in der fallenden Position jetzt hier aktuell, also hat jetzt so ein bisschen den Schwung nach oben verloren. Insgesamt ist das Bild aber das gleiche, also auch übergeordnet. Das ist hier keine starke Abwärtsdynamik und mit dem da erst recht nicht. Das heißt, die Grobrichtung ist nach wie vor nach oben. Ich würde anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen, wenn wir diese Hochs, die ich gestern ja auch schon mal angesprochen hatte oder häufiger die letzten Tage oder vielen Stunden, das ist das Hoch vom 18. Mai beziehungsweise vom 23. Mai. Wenn wir da drunter fallen, ungefähr bei 14.220 oder irgendwo, wo das war, da würde ich dann sagen, naja, muss das wirklich noch sein? Was habt ihr vor? Jetzt sind wir dann ja dann doch überschneidend, wären wir dann nach oben unterwegs. Noch sind wir es nicht, also insofern ist die Welt noch in Ordnung. Können wir also noch davon ausgehen, dass es stark nach oben geht. Und hier seht ihr auch nochmal den Zusammenhang beim DAX. Habt ihr so eine starke Aufwärtsbewegung, wie wir sie hier haben, dann etwas, wo man sagen kann, ja, das ist wohl eher dreiwellig, dann sind wir wohl eher in der Aufwärtsbewegung. Das würde ich im Moment auch im kurzfristigen Chart beim DAX sagen. Aber, wie gesagt, gegenwärtig sind wir noch so ein bisschen im Rückwärtsgang in Amerika. Da sollten wir mal gucken, ob wir hier nicht ebenfalls nochmal so ein bisschen eine Korrektur nach unten haben. Im Prinzip ist es mehr oder weniger das Gleiche. Ihr seht es ja hier auch scharf runterwackelig hoch und dann eben nochmal die Fortsetzung. Also etwas, was auf allen möglichen Ebenen immer wieder zu finden ist, wenn ihr das habt, dann, wenn ihr das seht, egal auf welcher Zeitebene, auf welchem Markt und egal in welche Richtung, dann könnt ihr das nutzen. Im Großen wie im Kleinen Bild. An den Übergeordneten müssen wir im Moment nicht rütteln. Am Wochenende mache ich eh wieder ein Update dazu und dann schauen wir uns das wieder genauer an. So, in diesem Sinne euch jetzt heute Nachmittag erstmal alles Gute mit den Indizes. Toi, toi, toi und liebe Grüße. So,